Transfer-Update. Ja, unser Lieblingssegment. Man muss aber ehrlicherweise gestehen, in diesem Transfer-Sommer ist es beim VfB Schückert eigentlich eher beschaulich. Also es geht gar nicht so ab. Es gibt immer mal wieder so ein paar Themen, die kochen dann auf. Dann können wir darüber sprechen. Aber es sind jetzt nicht so viele Namen im Umlauf, wie das zum Beispiel 2019 der Fall war, nach dem Abstieg. Da haben wir eigentlich fast täglich einen Transfer-Update machen können, weil wir so viele Namen diskutieren mussten. Jetzt ist das nicht so. Jetzt ist eigentlich so das Thema, wie viel Geld muss der VfB eigentlich einnehmen, um überhaupt handlungsfähig zu sein oder nicht komplett bankrott zu gehen. Da gibt es ja unterschiedliche Meldungen dazu. Sven Mislintat hat sich hier bei uns im Podcast, dass ich das mal sagen darf, klar dazu geäußert. Er hat gesagt, okay, wir müssen niemanden abgeben. Es wäre ja auch mal eine Option, es zu versuchen, mit der gleichen Mannschaft zu sagen und dann mal gucken, was dann so abgeht. Hat aber auch gleich gesagt, dass es unrealistisch ist. Ja klar, dass der VfB Geld braucht, ist das eine. Ob er wirklich 20 Millionen Transfer-Plus erwirtschaften muss, ist das andere. Bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kran rede, würde ich sagen, hören wir uns mal ganz kurz nochmal Alex Werler an, der ja hier zumindest eine Frage relativ deutlich beantwortet. Es kursieren ja immer mal wieder so ein bisschen Zahlen, was durch Transfererlöse eingenommen werden muss. Da war von 20 Millionen jetzt unter der Woche wieder zu lesen. Stimmt das so ungefähr? Nö. Also, ich habe ja mal irgendwie, als ich gekommen bin, habe ich gelesen, 40, dann 35, jetzt sind es 20, irgendwie so Würfelspiel, glaube ich. Wie gesagt, wir haben gesagt, wir haben eine gute Mannschaft und wenn der ein oder andere sich verändern will, weil er den nächsten Schritt machen will, dann ist es auch okay. Denn wir müssen dann auch die Schritte der Jungs respektieren. Aber da gehören dann auch immer drei Seiten dazu. Einmal der aufnehmen, der abgebende Verein und eben der Spieler selbst. Und wenn es für alle drei passt, dann ist es in Ordnung. Aber ansonsten werden wir nächstes Jahr eine sehr, sehr gute Mannschaft sehen, beziehungsweise dieses Jahr, diese Saison. Ja, also jetzt sagt der Vorstandsvorsitzende, nein, wir müssen nicht diese 20 Millionen. Der sagt, nö. Nö, sagt er. Wir müssen nicht diese 20 Millionen Transferüberschuss erwirtschaften. Sven Mistentat sagt, es müssen nicht diese 20 Millionen sein. Aber die Bild-Zeitung behauptet weiterhin, das müssen diese 20 Millionen sein. Dann glaube ich ganz klar der Bild-Zeitung. Natürlich. Denn wenn es eine Zeitung gibt, die gerade was Zahlen angeht, so oft falsch liegt, wie sonst kaum jemand, dann die Bild-Zeitung. Also ich erinnere da nur an die Abfindung für Stefan Heim, oder an die Abfindungen für Röttgemann Heim und Schraff. Das war Bullshit, was sie da geschrieben haben und war auch ein Stück weit vereinschädigend, denn sie wollten damit Klaus Vogt ankacken. So und gleiches gilt zum Beispiel für die Farge-Ablöse. Die war am Anfang, ich habe nämlich mal nachgeschaut, am Anfang lag die noch bei vier Millionen, dann irgendwann bei sieben Millionen, als Farge besonders schlecht war und überhaupt keine Rolle mehr spielte. Und dann hat Sven Mistentat bei uns gesagt, übrigens waren nur dreieinhalb Millionen. Was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, die Bild-Zeitung ist für mich kein Berichterstatter. Bild-Zeitung ist, und das sagen sie ja selber auch, das sind Meinungsmacher. Und deswegen diese Zahlen, die sie hier benutzen, Leute, kommt nicht mit diesen Zahlen. Also ich muss mir das auch abgewöhnen, mir Zahlen zu notieren, die in der Bild-Zeitung stehen. Aber es sind einfach überhaupt keine validen Zahlen, die von der Bild-Zeitung ins Spiel gebracht werden. Das sind einfach wirklich, wie es Werle sagt, gewürfelte Zahlen. Und die werden dann diskutiert, nicht nur jetzt unter Fans, sondern wie gesagt auch von anderen Journalisten, als wären das Fakten. Nur wie gesagt, diese Zahlen sind aus den Fingern gesogen. Also deutlicher kann es ja nicht mehr sein. Die zwei wichtigsten Männer, wie beim VfB Schückert, was Transfers und so angeht, sagen, nein, wir können natürlich auch, sag ich mal, mit zehn Millionen Transferüberschuss in die neue Saison gehen. Warum ist das so? Vielleicht muss man das auch mal erklären. Das Geld ist ja nicht weg, wenn sie jetzt Sosa, Aurel und Sascha nicht verkaufen. Die sind ja weiter beim VfB. Klar, mit Sascha müsstest du dann irgendeine Lösung finden, dass er den Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert, damit du dann nach Geld schlagen kannst. Aber es ist ja nicht so, wenn du sie jetzt nicht verkaufst, dass du sie nie wieder verkaufen kannst. So ist es ja nicht. Genau. Das Geld wäre nur weg, wenn sie bleiben, der Vertrag ausläuft und sie dann ablösefrei wechseln könnten. Dann wäre das Geld tatsächlich weg. Dann zahlst du noch ein Jahr Gehalt und der Spieler geht dann für lau. Aber das ist ja auch klar, dass der VfB das auf jeden Fall vermeiden will. Dann könnte man natürlich auch noch die Frage stellen, okay, vielleicht wäre das so, aber auf der anderen Seite, was würde es dem VfB kosten, wenn sie neun Stürmer holen müssten, dann vielleicht nicht die Klasse halten. Das musst du ja auch alles einkalkulieren. Das heißt, die Gefahr für den VfB Schückert jetzt hier in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten, weil sie die drei nicht verkaufen, sind aus meiner Sicht überschaubar. Sie sind definitiv da, weil du weißt nicht, wie entwickelt sich das jetzt hier mit den Baukosten für den Stadion Umbau. Vielleicht kostet es irgendwann 150 Millionen. Ganz so überrascht wäre man hier ein Stück weit, glaube ich, nicht. Ich glaube noch nicht mal, wenn es dann auf einmal 200 Millionen sind. Alles ist möglich. Aber dieser Scheiß da, was die Bild-Zeitung verzapft, ganz ehrlich, da braucht mir keiner mehr mitkommen. Und ich finde es auch wirklich schwierig, wie von manchen Journalisten die Bild-Zeitung hofiert wird und man froh ist, wenn man sich dann mit Leuten... Lass uns lieber zu Mosanko kommen. Manchmal muss ich mich selber einfangen. Diese Live-Sendungen, die machen mich wirklich wahnsinnig. Dabei hätte ich es ja so einfach haben können, nämlich so... Ja. So, aber ich habe es nicht gemacht. Nein. Dann sag, jetzt versuche ich mal, ob das hier funktioniert. Entweder geht es komplett in die Hose oder nicht. Okay, also pass auf. Also wenn man sich dann hinsetzt und wirklich mit... Für alle, die da zuhören können, dann muss man sich wirklich fragen, ob... So, also es funktioniert hoffentlich. Also ich habe dich trotzdem noch gehört. Ja, ich hoffe, das bleibt hier in diesen vier Wänden. Okay. Kommen wir zu Mosanko. Das ist der Erste, der den VfB Stuttgart verlässt. Für ein Jahr geht er zu Vitesse Arnhem. Ich habe extra nochmal geguckt, ob man das Arnhem oder Heim ausspricht. Spricht man das? Ja, bestimmt. Also zumindest auf diese... How to pronounce, oder wie diese Seite heißt. Die haben es so ausgesprochen. Also Mosanko wechselt zu Vitesse nach Holland in die... Weiß die Liga nochmal? Ehre-Divisie. Ehre-Divisie, genau so heißt sie. Und warum muss er da hin? Die haben Openda verloren. Der ist nach Nalaie weitergezogen und Mosanko könnte da jetzt vielleicht diese Lücke schließen. Für mich persönlich ist es ein sinnvoller Transfer. Es ist ein gutes Umfeld, um sich weiterzuentwickeln. Die niederländische Ehre-Divisie ist einfach wirklich eine gute Plattform für Offensivspieler, um dann nochmal einen Schritt zu machen. Er wird da wahrscheinlich deutlich mehr Spielzeit bekommen als in Stuttgart. Und dann darf er halt nicht vergessen, er geht halt zu einem Top-6-Verein in den Niederlanden. Genau. Das ist nicht irgendeine Gurkentruppe. Die können schon kicken, die haben schon Ambitionen. Und für mich ist das eigentlich ein guter Schritt für Mosanko. Ich weiß, jetzt könnte man sagen, okay, warum bleibt er nicht beim VfB? Der hat auch gezeigt, was er drauf hat. Da muss man halt wirklich sagen, okay, hold your horses. Ja, er hat viele Ansätze, die sehr verheißungsvoll sind. Und keine Frage, diese 60 Sekunden letzten Sommer gegen Fürth... Die waren geil. Ja, da wurde ich wirklich feucht im Schritt, muss ich ganz ehrlich sagen, als er sein Tempo da angezogen hat. Aber, was heißt denn das? Also ich kann doch nicht, mit dem, was ich da gesehen habe, kann ich doch jetzt nicht damit planen, dass der mir die komplette Liga zerschießt. Da finde ich diesen Weg deutlich cleverer zu sagen, ich gebe den ein Jahr in die holländische Liga ab. Für ihn ist ja auch ein gewohntes Umfeld, er ist ja Holländer, er wird da mit Sicherheit Spielzeit bekommen, kann sich da weiterentwickeln. Genau, er hat die Nummer 9 bekommen, wahrscheinlich auch nicht ganz ohne Hintergedanken. Also er scheint jetzt ja auch nicht irgendwie Stürmer Nummer 8 zu sein, sondern die zählen auf ihn. Und ich habe das so ein bisschen auf Twitter verfolgt, also auch die Arnhem-Fans stehen, glaube ich, auf ihn, freuen sich, dass er da ist. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er da nochmal einen riesen Schritt macht. Und die Frage war wahrscheinlich auch nicht, jetzt in Arnhem erste Mannschaft oder beim VfB, sondern beim VfB wäre es wahrscheinlich auch viel U21 gewesen. Und er hätte sich da halt dann irgendwie mit irgendwelchen Verteidigern konfrontiert gesehen, die dann Richtung Schienenbein zielen und so weiter. Also das wäre hart geworden. Und dann in so einer spielerisch guten Liga nochmal auf ganz hohem Niveau Spielzeit sammeln. Also ich habe es auch gelesen, dachte im ersten Moment, schade, aber dachte ich irgendwie, das macht schon Sinn. Also langfristig scheint das eine gute Leier zu sein. Schade, gehe ich sofort mit. Ich glaube aber bei der U21 wäre vielmehr das Problem gewesen, dass er da nicht so gefordert wird, wie er eigentlich gefordert werden müsste, um sich weiterzuentwickeln. Sondern ich glaube tatsächlich, dass er da die Liga kaputt schießen würde. Wäre natürlich auch schön für den VfB, aber für die Entwicklung des Spielers, ich weiß es nicht, ob das dann so viel Sinn macht. Genau, aber dann spielst du dann lieber gegen Feyenoord oder Ajax als gegen Steinbach, Heiger oder Schott-Mainz oder Aalen. Man hat ja auch im Trainingslager festgestellt, okay, der ist einfach noch nicht da, wo er sein müsste, um wirklich regelmäßig eine Option für die erste Mannschaft zu sein. Er ist jetzt vielleicht auch nicht weit davon entfernt und es wäre vielleicht auch möglich gewesen, im Saisonverlauf sich da hinzuarbeiten. Aber er braucht halt einfach Spielzeit und genau deshalb macht für mich diese Laie absolut Sinn. Macht für mich auch mehr Sinn, als den Spieler zum Beispiel in die zweite Liga, in die zweite deutsche Liga zu schicken, wo er dann wirklich umgeholzt wird ständig. Also du weißt ja selber, wie das da abläuft. Da kriegst du halt auf die Knochen und das macht natürlich dann echt keinen Sinn. Und was man wirklich einfach auch nicht außer Acht lassen darf, der ist halt 18. Also wir sind ja auch nicht in einer Situation, wo man sagt, der muss jetzt nächstes Jahr durch Stegel gehen, ansonsten ist das Thema durch. Der hat Zeit. Also man kann dieses Jahr, glaube ich, ganz gut in Kauf nehmen, selbst wenn er dann für den VfB keine Tore schießt. Ich gehe davon aus, dass er dadurch jetzt nicht weit zurückgeworfen wird, vorausgesetzt er bleibt gesund. Das ist das Wichtigste für ihn. Dann ist er da. Und ja, also für mich macht die Laie Sinn. Ich werde mit Sicherheit ein Auge darauf haben, was Mo Sanko dann in den Niederlanden so veranstaltet. Bei wem das nicht der Fall sein wird, das kann ich dir auch schon sagen, das ist Roberto Massimo. Genau, weil wir hatten ja zwei Personalien an einem Tag, zwei Laien. Bei der einen dachte man, das macht brutal viel Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Und bei der anderen dachte man, wenn man mal lange drüber nachdenkt, macht die Laie überhaupt gar keinen Sinn. Weder für einen Spieler noch für einen VfB, dann macht die Laie vielleicht nur für den Berater Sinn. So sieht es aus. Es geht, wie gesagt, um Roberto Massimo. Auch er wird für ein Jahr verliehen und zwar zum portugiesischen Hopp und Rogon Farmteam Academico Viseu. Auch da muss ich mich auf Internetrecherchen rufen. Oder wie man auf dem internationalen Markt sagt, we see you. We see you, sehr gut. Da merkt man schon wieder, dass du mal in der Werbebranche aktiv warst. Ja, also, da fällt mir gar nichts ein. Also ich sage ganz ehrlich, warum du jetzt als U21-Nationalspieler in einer wirklich wichtigen Karrierephase diesen Schritt gehst, kann ich nicht nachvollziehen. Und an erster Stelle musst du natürlich den Spieler ansprechen. Klar, wir wissen es selber, der ist bei Rogon und da läuft natürlich eine Menge im Hintergrund. Aber trotzdem ist das ja ein mündiger Mensch, der sagen kann, weißt du was, leck mir am Arsch, das mache ich nicht mit. Genau, der ist auch keine 17 oder 18 mehr, wie ein Moos Sanko, muss man unterlegen. Ein Moos Sanko mit 40 Bundesliga-Sekunden wird verliehen in die erste holländische Liga. Und jetzt ein Roberto Massimo, U21-Nationalspieler und schon ein paar Bundesliga-Spieler auf dem Buckel, wird verliehen in die zweite portugiesische Liga. Das ist einfach absurd. Und nur mal zum Verein. Also das ist jetzt nicht irgendwie so der Durchstarter, das ist jetzt nicht Hoffenheim, die praktisch einfach mal durchmarschieren, sondern die waren bislang halt in der zweiten Liga, wollen wohl jetzt angreifen, basteln sich da aber eine Druppe aus lauter Söldnern zusammen. Wie gut das funktioniert, haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Also auf ganz großer Bühne PSG, da spricht man heute noch davon, dass man jetzt endlich mal die Champions League gewinnen will, buttert immer noch mehr Kohle rein und merkt irgendwie, dass es trotzdem nicht funktioniert. Das könnte hier auf einem anderen Level, aber trotzdem genauso in die Hose gehen. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ohne seine Berateragentur wäre Massimo niemals in der zweiten portugiesischen Liga gelandet. Also da bin ich mir ganz sicher. Man darf halt einfach nicht vergessen, für ihn gab es Optionen, für ihn gab es einen Markt. Düsseldorf, oder? Du hattest Bielefeld, die angefragt haben. Du hattest auch Fürth, die sich nach ihm erkundigt haben. Also da waren definitiv Möglichkeiten für ihn da. Und nochmal, er ist ein deutscher U21-Nationalspieler, der jetzt wirklich in seiner wichtigsten Karrierephase steckt. Also jetzt entscheidet sich, ob er es macht oder ob er es schafft oder nicht. Und wie kannst du denn dann wirklich in die Bedeutungslosigkeit wechseln? Das ist mir ein absolutes Rätsel. Und man muss es auch ganz klar benennen, ich hoffe, das ist jetzt nicht justiziabel, was ich sage, aber aus meiner Sicht umgeht Rogan hiermit das Verbot, auch so ein Stück weit der Third-Party-Ownership, weil das muss man natürlich auch nochmal sagen, dieser Verein, das ist ja nicht irgendein Verein, sondern da gehört eigentlich Dietmar Hopp, der da über seine komische, wie heißt das, Hopp, Reh, nee, was ist mit Brasilien, Bra, Obra, so, genau. Ganz kryptisch, ja. Ja, ja, der mit seiner Obra da praktisch drin steckt und Hopp und Rogan sind ja ganz dicke, da sind auch, glaube ich, schon zwei Spieler aus Hopp-Meinling gewechselt. Genau, also das kann man auch sagen. Also ich glaube, einen Tag vor und einen Tag nach dem Massimo-Transfer wechselten zwei andere Spieler aus der Bundesliga nach Viseo. Der eine kam von Gladbach, ist ein Rogan-Klient und der andere kam von Hoffenheim. Also die, ja, die parken halt da die Spieler. Genau, die parken da die Spieler. Ja, und da musst du dir halt langsam mal die Frage stellen, ob das Konstrukt nicht schon zu nah am Menschenhandel einfach ist. Also das ist für mich einfach gar nicht hinnehmbar, aber es wird natürlich einfach akzeptiert. Genau. Also da sind natürlich dann Verbände gefragt, die was dagegen unternehmen müssten. Genau, und mündige Spieler, weil klar ist auch kein Spieler, der muss dahin wechseln, aber die Macht der Beraterfirma ist dann teilweise einfach so groß, dass die dann, ja, sehr überzeugende Argumente anscheinend haben. Aber Roberto Massimo tut sich natürlich sicherlich keinen Gefallen, jetzt in die zweite portugiesische Liga zu wechseln. Ja, die Argumente hätte ich gerne mal gesagt. Ja. Ganz ehrlich, also die hätte ich wirklich gerne mal gesagt. Also das einzige Argument, das sein könnte, wäre Kohle. Also wenn das für ihn stimmt, okay, aber... Aber er kriegt doch nicht mehr Geld, wenn er dahin wechselt. Das vermutlich auch nicht, oder? Nee, also das muss man dazu sagen. Also ich kann den Wechsel in keinster Weise nachvollziehen. Ich verstehe auch nicht, warum der VfB den Vertrag mit Massimo nochmal verlängert hat, das muss man ja dazu sagen. Eigentlich wäre der Vertrag 2023 ausgelaufen. Um ihn verleihen zu können, musst du aber... Verlängern. Ja, genau, musst du verlängern, weil der Vertrag darf halt einfach in der Laie nicht auslaufen. Außer bei Holger Bartschuber, als er von den Münchnern auf Schalke verliehen wurde. Da gab es ja eine Ausnahme, weil es die Bayern war natürlich. Und da kann man natürlich, also ich für mich hätte halt entschieden, okay, den schleppen wir jetzt entweder durch oder wir geben ihn komplett ab, also als VfB Stuttgart. Jetzt hat man sich zu diesem Deal hinreißen lassen, da fragt man sich natürlich auch, wie geht das? Also die müssen ja dann auch Druck auf den Verein ein Stück weit ausüben, dass sie dann sagen, okay, wenn er hier bleibt, macht der Stunk oder was. Also ich frage mich halt, warum der VfB diesen Scheiß mitmacht. Und nicht sagt, komm, Roberto, dann gehen wir ins letzte Vertragsjahr und dann wechselst du vielleicht ablösefrei oder so, aber also wie gesagt, dieser Transfer scheint aus meiner Sicht wirklich nur für die Beraterfirma Sinn zu machen und für sonst niemanden. Und wenn er nach Düsseldorf gegangen wäre, dann könnte ich mir noch so eine Verlängerung vorstellen, beziehungsweise dann würde die noch mehr Sinn machen, weil dann ist er wenigstens auf der Bildfläche ein Stück weit. Du spielst bei Düsseldorf, die wollen aufsteigen, das ist halt einfach nochmal eine andere Bühne. Ja, aber jetzt, ich sag dir, was kommen wird, nächstes Jahr wird hier ein Spieler zurück in den Kader kommen, den keiner mehr auf dem Schirm hat. Ja. Also es gibt ja auch keine Kaufoptionen oder so. Der wird halt hier zurückkommen und liegt uns dann wahrscheinlich ein Jahr lang auf der Tasche. Ja. Im schlimmsten Fall. Und das ist für mich echt schwierig. Also ich glaube auch, dass der VfB nicht ganz glücklich ist mit der Situation. Es gab ja dann zwei Statements von Sven Mischenthal, einmal zum Abschied von Mo Sanko, einmal zum Abschied von eben Roberto Massimo. Und das Entscheidende war eigentlich, dass man bei Mo Sanko, dem Spieler und dem neuen Verein viel Glück und alles Gute gewünscht hat. Und im Fall von Roberto Massimo hat sich das dann nur auf den Spieler bestreckt. Für die Zeit in Portugal, ja. Ja, und wer Sven Mischenthal erlebt hat, hier gehört hat. Der weiß, was er sagt. Nee, ich meine auch, der weiß auch, wie er denkt. Ja genau, aber der formuliert das auch so, wie er es dann gehört wissen möchte. Und wenn da dann auf einmal in zwei relativ ähnlichen Statements auf einmal ein entscheidender Halbsatz fehlt, dann ist das vermutlich kein Zufall gewesen. Am selben Tag. Ja. Also das ist schon nicht nachvollziehbar. Und ich wünsche Roberto Massimo alles, alles Gute. Ich hoffe einfach, dass es für ihn irgendwie gut ausgeht, weil er hat sich hier nie was zu Schulden kommen lassen oder so. Dass es jetzt für ihn nicht gereicht hat, ist das eine, ja. Aber der tut mir ein Stück weit leid, muss ich ja sagen. Ich habe kein Mitleid, aber es tut mir halt irgendwie leid, dass die Karriere so im Sande verläuft. Genau, und fällt einem ja auch schwer zu glauben, dass jetzt die zweite portugiesische Liga die einzige Option ist, wenn du Mannschaften hast, die aufsteigen wie Schalke, wie Bremen. Wenn du Mannschaften hast, die absteigen wie Kreuter führt oder wie sein ehemaliger Verein Bielefeld. Also ich meine, da gibt es halt Optionen für ihn, garantiert. Düsseldorf, ne. Und dann wechselt er jetzt wirklich in die komplette Bedeutungslosigkeit. Also auch für seine Karriere in der Nationalmannschaft wird es schwierig. Ja gut, das Ding ist durch. Das Ding ist durch, ja. Und auch seine ganze Karriere ist jetzt wirklich dann, läuft Gefahr, irgendwie beendet zu werden. Vielleicht will er auch irgendwie so einen Weg einschlagen wie La Soga oder so, dass er dann irgendwo in, weiß nicht, im arabischen Gefilden irgendwann mal Kode schlägt oder so. Ja, oder wird Surflehrer an der portugiesischen Algarve-Küste oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Roberto Massimo nochmal ein Bundesligaspiel macht. Ne, würde ich auch nicht. Okay, das ist ein bisschen hart spekuliert, aber ich sage mal so, er wird wahrscheinlich kein Leistungsträger mehr bei einem Bundesligisten. Lass es uns so formulieren. Gut. Ich habe noch ein paar Abstiegskandidaten, über die wir, habe ich Abstiegskandidaten gesagt? Oh Mann, Abgangskandidaten, das ist die Hitze und diese Vorbereitung. Seht es mir bitte, bitte nach. Ich schäme mich wirklich. Es fällt mir so schwer, diese Sendung heute zu machen, weil ich merke, dass ich kognitiv eigentlich hier nicht sitzen sollte. Aber sei es drum. Abgangskandidaten. Ich möchte mal ganz kurz so die, ja eigentlich wichtigsten Namen durchgehen von Spielern aus der zweiten Reihe, die sich entweder einen neuen Verein suchen können oder mit denen vielleicht jetzt doch wieder geplant wird. Also fangen wir mal ganz oben an und ich mache es wirklich schnell diesmal. Maxima Vujar. Der kann sich weiterhin natürlich nach einem neuen Verein umgucken oder wird bei der U21 landen. Es gibt wohl Interessenten aus der dritten Liga. Das Thema Geld ist halt hier der entscheidende Faktor. Wer kennt es nicht, ja. Ich würde mal behaupten, Maxima Vujar besitzt aktuell den besten Vertrag, den er je haben wird. Er wird nie wieder einen besseren bekommen. Auch das ist ein bold Statement. Aber ich denke immer, er sieht es ähnlich und er wird sich denken, kommt das Jahr, das sieht sich noch aus und dann wird es schon irgendwie weitergehen. Antonis Aydonis, auch bei ihm sieht es so aus, dass er sich halt einen neuen Verein suchen kann. Auch bei ihm könnte es sein, dass er beim VfB in der U21 landet. Der ist nicht so weit weg, wie ich es mal dachte, muss man auch dazu sagen. Bei der ersten Mannschaft. Bei der ersten Mannschaft. Aber er ist jetzt nicht der erste Kaderkandidat. Aber es ist halt so ein Spieler, den du, also dem werden sie nicht verramschen oder verschenken. Also man schätzt schon seine Qualitäten, keine Frage, aber es reicht halt aktuell nicht für mehr. Also sprich nicht für den Kader oder so. Wobei es könnte auch sein, wenn mal ein Spieler verletzt ist, dass er dann im Kader steht. Ich wollte sagen, in der Innenverteidigung bist du ja nicht so dicke aufgestellt. Und wenn sich dann mal ein Spieler für drei, vier Wochen verletzt, was ja beim VfB relativ häufig vorkommt, ist auch in der Vorbereitung. Warum ist er, also kann es schon sein, dass er dann in den Kader reinrutscht. So sieht es aus. Clinton Mola, da wird ein Verbleib etwas wahrscheinlicher. Trotzdem gilt weiterhin, wenn sich englische Klubs melden, wird man sich das anhören, sowohl der Spieler wie auch der Verein, also der VfB Stuttgart. Aber auch der ist, sag ich mal, nicht ganz unrealistisch, dass er doch noch bleibt hier beim VfB Stuttgart. Er hat ja in den Testspielen regelmäßig Einsatzzeit bekommen und es klang ja zwischendurch so wie großes Heimweh und alles nicht so cool. Und der wird sicher gehen, aber jetzt mit den Testspieleinsätzen halt, ja, so vom Gefühl her. Es ist noch nicht das Richtige dabei, aus England. Also aus meiner Sicht muss das Richtige für ihn auch nicht kommen, also ich kann gut damit leben, dass er noch bleibt. Matteo Klimowitz, hier sucht man weiter nach der besten Lösung, also mögliche Abnehmer gab es ja bereits einige. Er ist doch gefühlt schon seit fünf, sechs Wochen eigentlich in den USA, oder? Es wurden schon mehrere Gespräche geführt, nicht nur mit Charlotte war es, glaube ich, genau, sondern es gab auch Anfragen aus Portugal, es gab Anfragen aus Spanien, aus Italien, aus der Bundesliga und aus der zweiten Liga. Ja, also man sucht da, wie gesagt, jetzt nach der bestmöglichen Lösung, aber hier würde ich schon sagen, unter Matarazzo wird er wohl kaum Spielzeit bekommen, also da sehe ich eigentlich den Zug abgefahren. Man soll niemals nie sagen, aber, also es ist jetzt nicht irgendwie ein zwischenmenschliches Nein, nein, aber er hat ja auch genug Chancen bekommen. So sieht es aus. Philipp Klement, der sucht auch weiter nach einem neuen Klub und auch hier geht es in erster Linie, nee, in erster Linie geht es um sportliche Perspektiven, aber das finanzielle spielt auch eine Rolle. Also er möchte es wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht, zu einem Abstiegskandidaten der zweiten Liga wechseln, was ich nachvollziehen kann. Also nicht zu Paderborn. Ich glaube, der KSC wäre da eher zu nennen. Aber ja, also er möchte, denke ich mal, schon noch ein bisschen was erreichen in seiner Karriere. Und wenn es dann halt einfach nur die theoretische Chance ist, mit einer Zweitliga-Mannschaft in die Bundesliga aufzusteigen. Also müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber Philipp Klement ist jetzt auch keiner, mit dem groß geplant wird. Wer ist der Bärenführer? Regensburg, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe ganz ehrlich nur die zwei Niederlagen des KSC mitverfolgt. Mit großer Wonne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich saß vor dem Fernsehen und habe mich tierisch beömmelt über diese Scheiß-Truppe. Ganz ehrlich. Also das war mir ein inneres Blumenpflücken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es noch gestern im Radio bei Bayern 3 kurz mitbekommen, dass Jan Regensburg auf der Bielefelder Alm 3-0 gewonnen hat. Ja, das habe ich auch gehört. Aber wer jetzt da am zweiten Spieltag erster ist, ist mir noch ganz egal. Ömer Beers, der wird den VfB in dieser Transferperiode verlassen. Punkt. Ich habe eben im Chat irgendwas von Magdeburg gelesen. Ist eine Option auf jeden Fall und auch nicht ganz unwahrscheinlich. So. Guck mal, wie gut unser Chat informiert ist. Naja, ich meine, das Thema Magdeburg ist jetzt, glaube ich, schon seit letzter Woche ein heißeres Eisen, sage ich jetzt mal. Und es gibt noch einen zweiten Verein, der angeblich im Rennen liegt. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass die Entscheidung jede Minute fallen dürfte. Okay. Aber als Laie? Sehr wahrscheinlich Laie. Okay. Es gibt, also Magdeburg ist eine Laie. Okay. So, Lee Egloff, muss man sagen, der hat unter Belastung jetzt performt. Hier schließe ich eigentlich eine Laie inzwischen fast aus. Also da gab es ja auch mal das Thema, dass er vielleicht wechseln könnte. Da habe ich jetzt nichts gehört, aber ich schließe es fast aus. Also ich glaube nicht, dass der VfB Lee Egloff verleihen wird. Der wird hier in Stuttgart bleiben. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich den hingeben würde. Also den will ich auch nicht in der zweiten Liga bei irgendeinem bescheuerten Klub sehen. Das ist so ein Spiel, den möchte ich auf der Bank haben. Und den möchte ich in der 60. Minute, 70. Minute einwechseln können. Und dann spielt er so einen Pass wie auf Daku Sholinov in der 90. Minute gegen Valencia. Und er bekommt die Spielzeit, wird sich weiterentwickeln. Also die Egloff möchte ich gerne in Stuttgart behalten. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es genauso kommen wird. Wahid Fagir wird bei den Profis wohl eher keine Chance bekommen. Das heißt entweder U21 oder Wechsel. Auch da arbeitet man halt an einem Wechsel. Möglichkeiten gibt es wohl. Müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Alu Kohl hat bei Matarazzo bessere Karten als Fagir. Das ist die gute Nachricht für ihn. Aber auch er, da lege ich mich fest, wird wechseln. Also wird nicht beim VfB Stuttgart bleiben, sondern auch wird ausgeliehen. Wohin weiß ich nicht. Meinst du unabhängig davon, ob Sascha bleibt oder nicht? Ja. Okay. Also wenn Sascha Kalajcic wechselt, wird ein neuer Stürmer verpflichtet. Da lege ich mich fest. Und ich gehe davon aus, dass man auch sich das mit Mosanko lange genau überlegt hat. Natürlich kommt dann Casanaras noch mit dazu, der sich verletzt hat. Aber es ist ja eine überschaubare Ausfallzeit von drei bis vier Wochen. Man kann sich natürlich dann schon die Frage stellen, was ist, wenn sich denn der Kalajcic verletzt? Ja, aber ich finde, der VfB hat schon wirklich mit seinem Zwei-Stürmer-System eine Menge Möglichkeiten jetzt, Spieler einzusetzen. Und nochmal, wenn jetzt natürlich Sascha geht, wird ein neuer Stürmer noch verpflichtet. Und dann hast du halt eigentlich drei, vier Spieler, die diese Position spielen können. Du hast Zidas, den du mit nach innen ziehen kannst. Und du kannst natürlich auch wieder zurückgehen auf eine Einstürmer-Variante. Wäre dann auch noch eine Möglichkeit. Also ich sehe da schon genügend Potenzial im Kader und bräuchte jetzt nicht unbedingt Alu Kroll. Der als Backup bereitsteht oder so. U21 ist für ihn halt auch schon wieder zu wenig. Also er bräuchte jetzt halt eigentlich irgendwas in der zweiten Liga, wo er dann auch spielen kann. Oder halt eine U21 in der dritten Liga. Ja, das könnte auch interessant sein. Ja, klar. Das wäre natürlich noch besser, dass der VfB mal irgendwann wieder in der dritten Liga landet. Aber das wird wahrscheinlich noch dauern. Ja, also von diesen neun Kandidaten sehe ich nur Eggloff und Mola als Spieler mit wirklich realistischen Kaderchancen beim VfB. Alle anderen, da sehe ich nicht viel. Also da wird nicht viel passieren. Und aktuell ist man, glaube ich, bei 32 Spielern. Was die Kadergröße angeht, das ist immer noch zu groß. Und ich bin aber sehr optimistisch, dass bis zum 1.9. sich der Kader auf unter 30 Spieler reduzieren wird. Und das ist ja auch, sage ich mal, das Mindeste, glaube ich, was man erreichen wollte. 28, 29 dürfen es, glaube ich, schon sein. Also dieses Corona-Thema wird uns schon nochmal beschäftigen. Ja, glaube ich, ja. Orel Mangala hat uns letzte Woche schon beschäftigt. Und jetzt rückt eine Einigung mit Nottingham immer näher. Auch hier hat die Bild-Zeitung den Transfer schon vermeldet. Kann man sagen, also das ist noch nicht fix. Außer es ist jetzt fix. Aber dann kann ich es nicht wissen. Aber es ist noch nicht fix, dass er wechselt. Aber es ist schon sehr wahrscheinlich, dass er nach Nottingham geht. Und ich bleibe dabei. Letzte Woche habe ich schon gesagt, für mich ist das keine Verbesserung für Orel Mangala. Ich verstehe es nicht, warum er einfach zu einem Premier League-Aufsteiger wechselt. Gut, sei es drum, ist nicht mein Problem. Man spricht jetzt von 15 Millionen Euro plus Boni. Kann man jetzt diskutieren, ob das zu viel oder zu wenig ist. Ich kann damit leben, mit der Ablösesumme. Es ist halt echt schwer zu sagen, ob wir es nicht irgendwann bereuen werden. Also bei Orel Mangala hast du ja immer das Gefühl, dass da nicht mehr viel fehlt. Und dann geht er komplett durch die Decke. Aber wenn man es jetzt mal realistisch betrachtet und mal so die letzten drei Jahre von ihm Revue passieren lässt, dann siehst du halt, der hat beim VfB 77 Spiele bestritten und hat drei Tore geschossen und neun Vorlagen geliefert. Ja, das ist jetzt nicht so viel. Das ist nicht so viel. Und wenn du überlegst, und ich möchte wirklich gar nicht gegen Mangalas Stärken argumentieren, der hat ja eine Menge auf dem Kasten. Also Pressingresistenz, Passspiel, lange kurze Pässe, die Übersicht, die er hat, das wissen wir alles. Aber trotzdem finde ich, dass für einen Spieler mit seinen Fähigkeiten am Ende einfach zu wenig dabei rumkommt. Genau, das ist ja das Thema. Er sitzt so lange beim VfB und ich glaube, wenn er bislang nicht sein komplettes Können entfachen konnte in Stuttgart, dann wird es vermutlich auch nicht mehr passieren. Vielleicht klappt es dann bei Nottingham, dann ist es halt für den VfB irgendwie blöd. Aber ich glaube, hier wird das nicht mehr passieren. Und insofern, ja, wenn er sich woanders glücklicher dann fühlt und glaubt, dass gerade in Nottingham jetzt irgendwie das neue große Projekt für ihn dann persönlich beginnt, dann ist es halt so. Ich glaube, bei ihm ist es wirklich so eine Mindset-Sache auch. Also, weißt du, du siehst ja, was er alles hat, was er alles kann. Aber dann schaue ich mir zum Beispiel die Laufwerte an. Oder nimm mal intensive Läufe. Ich habe jetzt von den letzten drei Jahren gesprochen. Die intensiven Läufe sind Jahr für Jahr weniger geworden bei ihm. Laufleistung an sich ist weniger geworden bei ihm. Also, da denke ich mir halt, okay, nee, das kann es ja eigentlich nicht sein, dass er jetzt in dieser Phase in jungen Jahren da nicht immer weiter aufstockt und immer mehr Verantwortung übernimmt, immer mehr natürlich dann auch diese Läufe fast schon sucht. Also, die hätten wir ja gebraucht in der letzten Saison. Das kriegt er irgendwie nicht hin. Und ich glaube, das ist schon auch so eine Einstellungssache. Und es kann natürlich sein, dass er jetzt nach Nottingham geht und dann sich neu beweisen muss und auf einmal vielleicht eine Schippe draufpackt. Und wir sitzen dann hier und denken, scheiße, jetzt ist er genau der Spieler, den wir uns immer gewünscht haben, mit den Qualitäten, die wir ja eh schon kannten. Schwierig zu sagen. Also, ich lasse ihn ungern ziehen, weil ich ein Fan von ihm bin als Spieler. Aber ich sage es nochmal, das, was am Ende bislang von Mangala bei uns hängen geblieben ist, also wirklich an Effizienz, das ist zu wenig, um sich jetzt wirklich mit aller Macht diesem Wechsel entgegenzustellen und auch zu sagen, 15, 16, 17 Millionen, am Ende wären es vielleicht auch 18, 19, je nachdem, was er halt mit Nottingham so holt. Das sind zu wenig Millionen, weiß ich nicht. Ja, aber dafür, dass du irgendwann mal einen U21-Spieler aus Dortmund geholt hast, ist das, glaube ich, insgesamt dann schon okay. Für den VfB ist es okay. Ja, ja, das passt schon. Kommen wir zu Darko Schulinov. Das Thema Schulinov und Schalke können wir, ja, vielleicht jetzt endgültig beerdigen, würde ich sagen. Denn Sven Missentat hat am Rande des Tests gegen Valencia Folgendes zum Thema Schalke und Schulinov gesagt. Das ist einfach schön. Darko hat ein super Jahr gehabt auf Schalke. Wir hatten ja immer den Plan, dass er es gut macht da und dann zurückkommt und sich eine andere Reputation erarbeitet hat als ein Spieler, der aus dem NLZ aus Köln gekommen ist. Darkos Mindset ist etwas, was dieser Mannschaft in beiden Jahren Aufstieg und Platz 9 sehr gut getan hat. Der Junge kann die Wingback-Position spielen, aber auch die Doppelzehen hinter einer einleidigen Spitze in einer Doppelspitze. Er ist extrem polyvalent, hat das Herz voll am rechten Fleck und ich glaube, man hat gesehen, mit wie viel Leidenschaft er hier auch von Tag 1 wieder bei uns angekommen ist, weil er genau weiß, was er auch an uns hat. Und man kann auch zwei Klubs gut finden, ob das Schalke sein muss, darf ich als Dortmunder mal dahingestellt lassen. Aber bei Stuttgart fühlt er sich anscheinend wohl und er wird ein Faktor sein diese Saison, ist doch klar. Ist doch klar. Ist doch klar. Viele lobende Worte von Sven Missetat in Richtung Daku Shulinov und aber auch in Richtung Schalke, könnte man sagen, damit man gleich mal weiß, was jetzt vielleicht in Zukunft für eine Ablöse einstünde, wenn man Daku Shulinov verpflichten möchte. Es gab aber noch eine weitere Ergänzung von Sven Missetat. Das fand dann später, glaube ich, in der Presserunde statt. Sebastian, vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz vorlesen, weil das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig, was Sven Missetat später noch zu dieser Sache sagte. Er sagte, es gab eine Möglichkeit, direkt zu Beginn. Aber das sage ich auch ganz klar, dass Schalke sich entschieden hat, mehrere Spieler auch für Geld zu verpflichten und Daku eben nicht. Daher ist das Thema für mich abgeschlossen. Also da geht es nochmal ganz konkret um diesen Wechsel zu Schalke. Und was er da sagt, stimmt natürlich. Also auf Schalke hat man gehört, wie gern man Daku Shulinov hätte. Und dann siehst du, okay, die verpflichten den, die verpflichten da jemanden. Aber den, den sie unbedingt möchten, nicht. Itakura war ja auch so ein Thema. Da haben sie rumgeheult, Mensch, wir würden den so gern haben für fünf Millionen und geht aber nicht. Und dann verpflichten sie für dasselbe Geld drei andere Spieler. Klar, vielleicht um Baustellen einfach zu schließen, keine Frage. Aber wenn ich doch so scharf auf einen Spieler bin, der so wichtig ist, dann muss ich halt Prioritäten setzen. Das haben sie getan. Und Sven hat halt jetzt natürlich erkannt, okay, also der bringt uns weiter, als vielleicht gedacht. Also der ist auch, hat sich weiter entwickelt, als wir das vielleicht dachten. Weiß ich nicht, ob er so denkt. Aber wenn ich jetzt drauf schaue, sehe ich einen ganz anderen Spieler, als der, der abgegangen ist. Und was Daku immer schon hatte, war das Herz am rechten Fleck und Mentalität. Das ging uns zum Beispiel in der letzten Saison auch immer wieder ab. Einfach so diese Spieler, die, wenn die reinkommen, die halt einfach ein Feuer entfachen können. Und das ist so ein Spieler, die nie aufgeben. Solche Spieler brauchen wir, keine Frage. Und wenn die dann qualitativ auch noch einen Step machen, und das hat Schulinov definitiv, sind die eine Option, ist ja ganz klar. Und wenn dann Schalke um die Ecke kommt und bietet uns anderthalb Millionen, dann verstehe ich das für ein bisschen tatsächlich, weißt du was, also du kannst mir am Arsch lecken. Ich habe dir damals gesagt, zweieinhalb, dann bist du sozusagen noch gut bedient mit dieser Summe. Da hast du gesagt, nö, das ist er mir nicht wert. Jetzt kostet er halt fünf. Finde ich okay. Ob er es so sagt, weiß ich nicht, aber so würde ich es zumindest tun. Und ja, also ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn Daku Schulinov beim VfB bleiben würde. Das liegt jetzt zum einen natürlich an dieser sehr guten Vorbereitung, die er gespielt hat und zum anderen an seinem Charakter, habe ich gerade ausgeführt. Das gefällt mir. Man sollte aber nicht Ruven Schröder unterschätzen, Sebastian, das möchte ich gleich dazu sagen, denn der gibt sich noch nicht ganz geschmeidig. Ah, okay. Der hat schon ein paar Mal nachgelegt und meinte jetzt, okay, jetzt verkaufen wir mal noch den einen oder anderen Spieler. Ozan Kabak wurde abgegeben. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist Bostogan nach Utrecht gewechselt. Also da ist auch nochmal ein Spieler, weg und er möchte weiterhin Daku Schulino verpflichten. Okay. Es ist halt nur die Frage, ob diese zweieinhalb, drei Millionen, die mal von Sven Missentat angedacht wurden, auch immer noch als Ablösesumme bestehen, denn, also ganz ehrlich, er ist nicht mehr wert, aber für uns schon. Genau. Ja, also darum geht es ja auch so ein Stück weit. Und wir haben ja vorhin über das Thema Stürmer gesprochen und er ist jetzt kein klassischer Stürmer, aber er ist ein Offensivspieler, der dann vielleicht auf der linken Seite für Sila spielen kann oder auf der rechten Seite für Chris Führig oder für andere Spieler. Ist ja jetzt mal wurscht, aber auf jeden Fall hast du halt weitere Optionen, dadurch, dass du so einen, ja, starken Mentalitätsspieler einfach noch in der Hinterhand hast. Also deswegen, ich hoffe, dass man Daku Shulinov in der kommenden Saison hier in Stuttgart sieht und zwar nicht nur einmal, sondern gerne häufiger. Absolut. Also nicht nur als Gast, sondern wie gesagt als, ja, festes Kader-Mitglied und sollte er den Verein verlassen, dann muss es schon richtig knallen. Ja, man muss in der Kasse klingeln. So sieht es aus. Borna Sosa ist ja auch Randthema gewesen, muss man sagen. Angeblich soll jetzt Man City Interesse haben an Borna Sosa, können wir noch ganz kurz erwähnen. Da liegt es daran, dass man aktuell versucht, Marc, hoffentlich spreche ich den Namen richtig aus, Cucurella zu verpflichten von Brighton & Hoth Albion und dieser Wechsel nach Man City, der zieht sich so ein Stück weit und Borna Sosa ist neben anderen Spielern einfach so ein Plan B von Pep Guardiola. Macht für mich auch Sinn, ihn auf dem Zettel zu haben, aber er ist halt jetzt nicht die erste Option und ich gehe auch nicht davon aus, dass Borna Sosa zu Man City wechselt. Sie haben ja Stefan Ortega jetzt erst geholt. Da reicht natürlich so ein Bundesliga-Bedarf gedeckt. Da reicht natürlich so ein Borna Sosa nicht ran von der Qualität. Nee, Spaß beiseite. Also bei Borna Sosa wird mit Sicherheit jetzt die Adduktorenverletzung schon auch eine Rolle spielen, auch wenn es der Missentag gesagt hat, das ist eine Verletzung, die man im Griff hat, die man jetzt nicht zu hoch hängen darf. Trotzdem überlegst du dir halt als Premier League-Club, ob du für so einen Spieler 25, 30 Millionen ausgibst, der seit Januar sich mit Adduktorenproblemen rumsteigt. Ja, also ich kann mich an einen Verein erinnern, der kam aus London, der hat so einen griechischen Abwehrspieler für wenig Geld gehen lassen, weil es hieß, der hat immer was mit der Leiste. Also die sind da relativ kompromisslos, würde ich mal so sagen. Und nicht jeder hat so eine gute medizinische Abteilung wie der VfB. Der gelingt es nämlich immer wieder, diese angeschlagenen Spieler für längere Abschnitte fit zu bekommen. Mafropanos war der Erste, Wagner Mann hat auch schon zwei Spiele in Folge beim VfB. Ja, Wahnsinn, ja. Guck mal an. Ich habe den Kalajdzic der Woche und wenn du das Segment öffnest, wirst du sehen, Mensch, da steht ja gar nichts. Ganz genau. Es gibt eigentlich nur zu sagen, dass Sascha Kalajdzic zu Gast war bei Sky, ausgerechnet bei Ricardo Basile, mein Vorbild in Sachen Interviewführung. Ich bereite mich eigentlich genauso vor wie er. Ich föhne meine Haare, nachdem ich sie ausgiebig gewaschen habe und setze mich dann mit irgendeinem Prominenten hin und Quatsch so ein bisschen über sein Leben. Und was soll man sagen, Sascha Kalajdzic hat schon, glaube ich, kein Held draus gemacht, dass er gerne zu den Bayern gehen würde, hat mehrfach betont, dass es ja super passen würde. Also was für ein Zufall, er möchte gehen und es würde sich für mich sagen, hey, ich bin gerade frei und denke mir so, no, no, du hast eigentlich noch einen Vertrag, aber ist egal. Und die Bayern hätten ja jetzt Bedarf, also das würde ja einfach hervorragend passen. Problem ist nur, dass bei den Bayern die meisten, die da was zu sagen haben, ist nicht zu sehen, dass Sascha Kalajdzic die perfekte Ergänzung ist oder beziehungsweise derjenige, der dann Robert Lewandowski in München ansetzen darf. Genau, und ich bin ganz ehrlich, also erstens nervt das Thema komplett und zweitens muss er dann, glaube ich, auch aufpassen, wo dann die Grenze ist, wo er sich komplett lächerlich macht, weil, ne, ist so, weil die Bayern-Fans sagen, du willst Lewandowski Nachfolger sein, komm, mach dich nicht lächerlich und die VfB-Fans sagen, hey Sascha, du warst uns so sympathisch und jetzt biederst du dich so bei den Bayern an, mach dich nicht lächerlich und er ist halt gerade auf einem ganz schmalen Grad, vor allem wenn er dich dann erst eine Chance so liegen lässt und dann dich auswechseln lässt wegen Knöchel oder Kreislauf und so weiter und auf der anderen Seite dann noch irgendwelche anderen Spieler wie Thiago Thomas und Silas aufdrehen und du sagen musst, Kalajic in der Vorbereitung war jetzt gar nicht so dolle, ne, also ich finde, er muss da halt wirklich aufpassen, auch wenn er im VfB bleiben sollte, was sein Standing hier angeht, weil dann vom Publikumsliebling zum Buhmann ist es halt gar nicht so weit und dieses sich bei den Bayern anbiedern und du hast gesagt, er hat Vertrag beim VfB, ne, also das wäre so, wie wenn ich jetzt hier, du fragst mich was und ich sage, ja du, hier ist schon ganz geil, aber so im anderen Podcast wäre ich schon ganz gerne und da hat doch gerade andere Co-Host aufgehört, da würde ich schon gerne hingehen, ne, also, ja, ne, aber ich finde das halt schlimm, also, was ist denn Sebastian, was mache ich denn falsch? Und, äh, also ich finde das Thema echt ein bisschen schwierig und es war ja lange Zeit lustig und Wiener Schmäh und ha, 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 aber mich nervt es komplett und ich finde, ähm, das ist jetzt mittlerweile grenzwertig einfach. Ja, mich nervt es ja auch und ich kann das auch verstehen, dass das irgendwie einen total frustet, wenn da unser Stürmer sitzt, den wir über alles lieben, abfeiern, vergöttern fast schon. Und mir geht es, sorry, mir geht es auch gar nicht darum, der ist uns was schuldig, weil er ja während seiner langen Verletzung hier beim VfB und kein anderer Stürmer kam und so weiter, das ist mir alles egal, aber, ne, darum geht es mir auch nicht. Das, das, das Ding ist halt, äh, das ist halt das Business und ich finde, Sascha Kalajdzic sticht da positiv hervor, weil er sehr offen und ehrlich mit der Situation umgeht, denn das, was wir von ihm hören, ist im Endeffekt das, was wir sowieso wissen, was alle anderen Spieler auch machen, nur eben nicht öffentlich sagen. Ja. Und jetzt sitzt da einer, der ehrlich ist und das so sagt, wie er es fühlt und dann sind auch wieder zwei Pappnasen hier im Podcast und sagen, ja, aber ich finde das scheiße, dass er da so ehrlich ist. Es wäre ja noch verlogener, wenn er sich jetzt, äh, hinsetzen würde oder, keine Ahnung, äh, bei VfB TV erzählt, wie geil der alles ist und er bleibt hier und er kann sich einen Verbleib vorstellen und auf einmal geht er nach München und wir erfahren, das war schon immer mein Traum, jetzt hierher zu wechseln, das kotzt mich noch mehr an. Also jetzt, die, die Karten liegen auf dem Tisch, er möchte gerne wechseln, Sascha Empacher hat das, äh, bei SWR Sport auch sehr deutlich gemacht, ähm, hat schon fast abfällig darüber gesprochen, dass sie in der Premier League ja die Aufsteiger 100 Millionen ausgeben können und hier hat Schalke kein Geld, wobei man dazu sagen muss, ähm, das liegt jetzt nicht nur daran, dass hier die TV-Gelder schlecht verteilt werden, sondern auch so ein bisschen, wie manche Vereine wirtschaften. Also, da gibt es ja auch andere Beispiele, die mit wenig Geld sich auch einen guten Kader gebaut haben. Ich sage nur Union Berlin, sei es drum. Und Sascha Kalajcic hat das schon mehrfach betont, dass er sich ja alles vorstellen kann. Also, äh, sagen wir mal so, er erzählt jetzt nicht irgendwas Neues. Das Ding ist halt, dass es immer wieder hochgekocht wird. diesen Auftritt bei Riccardo Basile hätte er sich aus meiner Sicht komplett sparen können. Natürlich, weil du musst damit rechnen, wenn du sowas sagst und wir haben es ja schon mal diskutiert, das Format ist dazu angelegt, Schlagzeilen zu produzieren. Genau. Da gibt es ein Narrativ. Genau. Und du willst eine Schlagzeile haben, die heißt Kalajcic, Doppelpunkt, ich wäre gerne Lewandowski-Nachfolger. Ja, und das weiß er oder das weiß zumindest sein Berater, wenn er seinen Klienten da hinschickt und dann musst du damit rechnen, dass es halt immer wieder hochkocht und dann muss man damit rechnen, dass halt irgendwelche blöden VfB-Fans hier sitzen und sagen, ich finde das scheiße. Denn das Schlimmer ist, jetzt bleibt er hier. Genau. Und nächstes Jahr läuft es nicht. Genau. Ja, was wird da gesagt? Der hat wieder lange Verletzungspausen, schießt halt drei, vier, sieben Saisontore. Noch nicht mal Verletzungspause. Lass doch einfach mal nicht laufen. Ja? Der ist fit, spielt zwar, trifft aber nicht. Dann werden alle darüber sprechen, dass er ja mit dem Kopf schon weg war und eigentlich sich beim VfB gar nicht mehr wohlfühlt. Das hat er natürlich so ein Stück weit mit seiner Ehrlichkeit verursacht, weil wir ja eben die Gedankengänge jetzt komplett von ihm nachvollziehen können. Genau. Aber ich finde dieses Modell der Kommunikation dann auch nicht besonders nachhaltig, was er verfolgt. Also da kann man dann schon vielleicht ein bisschen cleverer sein. Einmal kannst du dich dazu äußern. Genau. Er hat es, glaube ich, zwölfmal getan. Genau. Und im letzten Jahr ja auch schon. Ja, das meine ich mit einmal. Genau. Da war es ja eh schon so eine hänge Partie und da muss man irgendwann sagen, kommt dann ja der Punkt, wo auch VfB-Fans sagen, Sascha, dann geh halt. Ja, dann haben wir klare Verhältnisse. Wir haben eine Ablöse. Er kann ja nicht. Na eben, ja. Das ist ja. Also er würde ja sofort gehen, wenn es das Angebot gäbe, auf das er jetzt die ganze Zeit wartet. Und der Emperor, ich sage es nochmal, der fliegt halt nach London oder nach England und bietet da Sascha Kalajdzic jedem an, der irgendwie hier schreit. Genau, aber die Bayern werden ihn nicht wollen, Dortmund will ihn nicht und am Ende wechselt er dann auch nach Nottingham für zwölf Millionen oder so. Und dann ist niemand zufrieden. Also ich bin so froh, wenn der August rum ist und diese ganzen nervigen Transfergerüchte und Spielchen vorbei sind. Sascha bleibt. Ich habe es letzte Woche gesagt. Ja, glaube ich auch. Und er hofft dann wahrscheinlich darauf, dass er entweder, ja, im Winter wird er nicht wechseln, er kann sich bei der WM nicht präsentieren, aber er wird dann darauf hoffen, dass er in der kommenden Saison endlich sein ganz großes Los zieht. Mal gucken, ob es dazu kommt. Manchmal kann man auch mit weniger zufrieden sein. Ich habe es schon mal gesagt, hier bist du eine Legende, hier liegen dir die Leute zu Füßen. Du hast hier eine ganz andere Drucksituation. Klar, du spielst hier noch nicht. Champions League, ist schon klar. Aber die Frage ist, tut er sich damit umgefallen? Ich weiß es nicht. Also, ja. Also, bei Orel habe ich letzte Woche gesagt, diesen Wechsel würde ich, oder zu einem Wechsel würde ich ihm auch raten, wenn ich sein Berater wäre. Bei Sascha sehe ich es irgendwie so, nee, mach mal ein Jahr verletzungsfrei. Ein Jahr. Keine Verletzungen. Einfach durchziehen. Und bestätige das, was du vor anderthalb Jahren gezeigt hast. Ja, das bitte bestätigen, dass er Qualität hat, ist keine Frage. Aber es ist wirklich so the next big thing. Und wenn er wirklich so offen und ehrlich ist, kann man ihm, glaube ich, so eine Frage auch mal stellen, warum das eigentlich nur die B-Lösung ist im Endeffekt. Genau. Weil das hörst du ja komplett raus. Der VfB, ich habe es ja, wo wir bei den Jungs waren, vom Kommando, habe ich es ja klipp und klar so gesagt, wie ich es denke. Kalajcic möchte wechseln und wenn er nichts Besseres findet, dann bleibt er halt beim VfB. Und das finde ich dem Verein gegenüber unwürdig. Ja. Weil der VfB ist größer als Sascha Kalajcic. Also im Endeffekt kann er froh sein, wenn er hier bleiben kann und sollte es nicht sozusagen als Möglichkeit sehen, dass er hier halt dann nochmal kicken kann, wenn es woanders nicht klappt. Das finde ich nicht würdig, ganz ehrlich. Das braucht es nicht. Letztes Thema, Transfer-Update. Mergen Berisha wurde heiß diskutiert. Auch da hat, glaube ich, die Bild-Zeitung schon darüber berichtet, dass der Vertrag unterschrieben wurde und der wird heute vorgestellt. Letzte Woche war das Thema mal ganz heiß. Das ist alles Bullshit gewesen. Naja gut, was sollen wir machen? Also im Endeffekt sind Journalisten, die können es glaube ich auch nicht mehr sagen.